Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch wieder mal aus meiner Sammlung Transformers. Und zwar diesmal zum ersten Film der Soundtrack, also das Album, nicht der Soundtrack. Ja, das ist auch der letzte aus dieser Reihe, aus der Transformers Reihe, den ich habe. Auch für nur aus dem gleichen Record-Story wie die beiden anderen auch. Genau, und das packen wir jetzt mal aus. Also was heißt auspacken? So, wir gucken uns das Ganze mal an, den Kollegen hier. Das ist das Frontcover, das ganz normale Transformers Bild. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einmal die Tracks. So, und hier sind die, hier ist wieder markiert, welche nicht im Film gewesen sind, welche, welche Lieder. Ja, so. Und das hier war ja auch Colored, aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe, das gucken wir uns jetzt an. Okay. Wie bei den anderen auch, dieses ist, glaube ich, Perfect, haben wir hier ein Insert mit Szenen aus dem Film oder Bildern aus dem Film. Und hier die Informationen zu den einzelnen Liedern, wo was man gemacht hat. Und hier hat man nochmal eine große, naja, Collage, I guess. Ja. Jetzt finden wir uns natürlich mal die wichtigsten, uns vor der Platte, die ich ja schon gesehen habe. Ist, ja, ich würde sogar fast sagen, nicht durch Lichtdurchlässig, kaum, kaum durchlässig, aber sieht cool aus. Ist auf, ist in der Realität alles ein bisschen, ein bisschen dunkler, die Platte. Ähm, ja. Genau, sieht das aus. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich verlinke euch die Transformers Plays, wo wir die beiden anderen ausgepackt haben, in der Videobeschreibung. Aber das ist ja jetzt, naja, gestern und vorgestern waren die beiden Videos hier vor. Also, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.